Weg meinem Gift! Fuck! Giftiert! Giftiert! Passive! Der ist genau wie du! Gigi! 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 Ich wusste irgendwie, ich durfte den nicht angreifen wegen meinem Gift. Ich hab KS. E where would you to go if you don't wait? 2... Das heißt, den checken die Pedения. diyorum ich ruhig ist way Ja, das ist blöd, weil du musst da, wo die Prozente geladen werden, musst du frappst schon starten, das Video. Ansonsten ist dein Bildschirm nicht so eingefroren, dass du nur noch bei dir oder an innerer Stelle bleiben kannst. Du kannst es nicht so verschieben. Du kannst die freie Kamera machen. Das kannst du... Ja, und meine normale Texte auch. Ja, meine auch. Scheiße. Hast du bekommen? Die großen? Nö. Jetzt haben sie Schiss. Schisser, Schisser, Schiss. Ich habe meine Ehe gemacht. Komm, ich... Oh, schade. Die stirbt nicht. Ja, es ist nicht der Bestimmte. Das wird kein deutsch, das ist keine Frau, das ist keine Frau, das ist nicht gespielt. Na, sicher? Ich habe auch schon. Auf welche gesehen? Du kennst KP plus nicht. Die ist, sie verdient ist. Sozusagen, Kollege. Von meinem Bruder, eine Freundin, die heißt Ani, also Annika, äh, die spielt nur Lulu. Die gesamte Match History, nur Lulu. Naja. Und das halt zu Pog, immer so zu Pog. Nein, nein. Und der ist doch zu Pog. Das war... Failed. Failed. Ich hatte kein Mana. Ja. Failed. 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 Sinnlos. Failed. Failed. Einmal nur kacke. Failed. 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 Ein Autothek mehr wäre das gewesen. Oder, ne, Bombe. Ne. Hab ich schon gemacht. Die Bombe hab ich schon gemacht. Ich geh uns nicht mal hin. Ich schaff das. Wirklich? Nein, und ich komm halt weg. Da. Die ist tot, oder? Hast du Flash? Ja, gut, ja. Die dürfte tot sein. Die dürfte tot sein. Die wäre doch so oder so tot gewesen. Nein. Die hätte ihr Schild wieder zurückbekommen. Nein, das zieht nicht genug. Das zieht pro Sekunde. Ne, alle sechs Sekunden zieht das zwei. Und die hatte noch 51 Leben. Ja, das überlebt. Ich weiß schon, was ich tue. Naja, ich weiß nicht, ich bin ja schon wieder gestorben. Ich bin zwar gestorben, aber ich hab den Kild genommen. Die hat nämlich überlebt. Früher Notwitch gezockt auf den Knie konnte. Ja, du kannst ja mal meine Matches sowie gucken, wir nicht in der Zeit nur gespielt haben. Ja, so nur Pantheon, Kinder und Kinder und Schuss spielen. Ja, nein. Na, bisschen, bisschen Pantheon. So ganz wenig Pantheon. Ja, die ganze Matches sowie da ist kein Anderer mehr. Na doch, Ed Master. So. So, ins粉에요las du immer noch Mutta los. Ja. Alles überrecht. die Bombe haben sie ja anstatt dieses komische die Sektivschuss der ja sowieso eine Bombe war ne der näher eigentlich der war ja das ist jetzt ein Ziel dass das mehr durch Autotech verstärkt wird die Bombe war ja zuerst dieser komische Schuss der dieses Verbrenn drüber gemacht hat wie bei Miss Fortune dieser Normalität und die Bombe ist um einiges stärker alles das anderes hat nur auf AP was gezogen wie es zu viel hat die Bombe auf abzieht die Bombe nachdenken auch mehr und es reicht nicht das reicht immer noch nicht doch ja jetzt so macht man vielleicht auch schon und ich komme zu Hause und auch wenn auch noch eine gesetzte macht uns oder wir pushen die noch ein bisschen weg und du musst einfach nur Forms einfach nur so lange man sich auf Form nicht spezialisiert ist das eigentlich ganz so viel und auch sagt nur und das ist ja weiter durch das kommt erst erst ab ich kann außerhalb des Haus angreifen mit meinem Volk sich meine Rechte da da auch so leicht das ist wieder da ja ich bin dann noch weniger aus der Hälfte er hat nur ja so zu sagen mehr als auch an der Sankt auch wollen die ich auch da hinter die Sprung in Tauern und das hat aber ich bin jetzt genauso eine hohe wie meine Autotext aber er hat eine E-Poste ja aber meine Autotext steigen ja mit jedem Levelstück und auch die Fähigkeit der Weg endlich holt die also in Lappen auch nicht und ich werde sterben aber den ganzen Gist reingekloppt das ist er ich mache guten Job auf der Bord und du stirbst oder mal ist so macht man uns das ist sterben das ist gut war das angeboten werden m ich bin zwar direkt aber ich habe euch Kills gesichert habe eine 2 3 2 2 und sein nur ganz gut dafür dass ich die ganze Tänke Kiel äh tat Tänke er für die Kiste kommt Läber zu kommen die es machen viele er ja ich bin um wenn man sich jetzt so eine Progeber anguckt die Kurven sich auch als erstes gerne mal ne, Infinity Edge oder im ich hab's auch zu uns schon ziemlich oft gesehen, dass sie mit LaFist beanfangen da ist das mal üblich viel mit, hier aber mit Twitch ne, klar wenn die bis 10 bekommen 40, die hat 9,3 abgemützt die hat, ne, die hat, ja klar, 9,3 abgemützt da hab ich auch in meinen Rohn und dazu nur auch Magie-Resistenz ja, Rüstung mach ich auch noch rein jetzt haben sie Schiss, weil ich nicht unsichtbar gemacht hab, wie so welche Pussys, Alter nur weil ich tödlich bin und ich weiß, ich hab' richtig krottig ich oh, ich hab' 16 Form ja, wow, das ist ja bei dir kein Wunder, die Farms sind nicht mal richtig, du bist nicht so der Farming doch doch, im Rank-It, ich wär' in Farmen nur im Rank-It ordentlich, aber da hab' ich richtig gut in Farmen nach 30 Minuten 500 Form gehabt mit Kate, den Müll mit üblich viel anderes Tempo Items ist üsopä kannst du nur lost, das geht gar nicht anders da ist das ein Muss da hast du 100% Chance den Minions zu kriegen, weil du immer wohl nicht machst und so viel anderes Tempo und so viel anderes Tempo Na, wo das nicht gegner Blatt macht und ich hab's das Gefühl, dass hier gleich der Jungle, aber der kommt, wir haben die einen Jungle der kam doch schon oder? ne, gar kein Jungle? ne, die in Double Top Master Yi Herr Samurai, finde ich groß also, der hat der, ja, so einfach bloß kein Teil nee, der andere Akali-Jungle Hä, Akali-Jungle? okay, hab ich, 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 ich hab' ich nicht, ich hab' bloß noch nicht gesehen ich hab's schon gesehen, aber die war grotten schlecht das war früher, wo es noch level 10 war, mit Blattner, also mit dem Account, hier früher hieß es Blattner, ich steh ne, mal, ich hab' geflaschen, hab' bei meinen Ulti an deswegen, guck dir das an ja, das ist Damage ja, okay, ich bin gestorben, das war jetzt, äh ja, ich hätt' mich nicht, ich hätt' mich nicht drauf einlassen sollen mit dem wenig Leben, aber wir haben den SV bekommen, auch ganz gut oh, die Lulu hat noch paar Leben, also und die hat noch Ulti gemacht, die Lulu nein der SV hat sogar noch geflasht, glaub' ich Ulti hat noch gerade wenig Abklingzeit oh, ich muss mir das nochmal im Video angucken, ob der noch geflasht hat, der SV ne, der hat's ja nie gemacht wir könnten nur mal den Twecken machen, wäre vielleicht mal ganz nice äh in der Zeit wenn jetzt irgendjemand kommt, Sonra auch Cali Beiden äh wo ist gut die alle heißen hast du dir erst gut gesehen die ist in meinem sohn gelandet der hat auf die akali kripp oder mehr auf den schauern geschossen die ging hier lang hier so irgendwie lang und in den spawn auf der abkommt und dringend wieder das stimmt noch ein brechen oder so da hat er die hulti da beim drängen gekloppt Kornbuchs in ihren hessischen Arsch er wohl und ich komme dort sehr lief die Klinien wir sind ja sie übeln ich hab kein Sprung und ich habe mein Sloane hier ich wollte meine Ehens machen extrem viel Glück man muss wirklich noch Autotakt auf die E-Tropel machen, sonst macht die kein Schaden wo so wo ist der muss irgendwo sein egal egal ob ja der ist weggegangen ja man muss das auch so umgelaufen bin der der Spielbord einfach weitergelaufen anstatt um Tau zu bleiben, der hat gesehen gar nicht weiter, der läuft vielleicht bis hierhin nee, die Bots, die laufen so, jetzt hab ich auch meine Schuhe da kommt Blumen jetzt muss mir das in die E-Tropel die E-Tropel weil sonst das Dürsten das Dürsten Klinge der Endlichkeit Klinge der Endlichkeit Klinge der Endlichkeit meins ja Klinge der Endlichkeit die Macht auf jeden Fall Karpel Klinge zerstört und sagt, weil ich es mir selber in Kurven kommt ja, das ist eigentlich immer so auf Eintritt Twitch und auch wenn ich die Spiele ja, jetzt soll ich mir zumindest Klinge der Endlichkeit und dann Klinge der Endlichkeit ja, ich war gerade ein hohen Pinger, so halt mal bitte, mal bitte 600 oh mein Gott, wer das in die Videos sieht die hier, PING guckt euch das an oh guckt euch diese Verzögerungen an, oh das ist ich hab nie gedacht, dass es so was man einem Videos zeigen kann so wie ich habe Verzögerungen, die nicht runtergehen ich bin weg ich bin weg die Verzögerungen wollen hier runtergehen ok 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 ja, ich wollte ihr machen, der wäre tot, der wäre tot, du hast sanct Nein hätte ich diesen PING grad nie gehabt, jetzt wird es wieder gut, der wäre tot und was wurde von der der das ist ziemlich peinlich naja ja ich war auch nicht ob es mal so wie ihr und dieser Fünschen schießt und immer wieder hieß insohn Brotow der ist er noch abgab der Schaubens auf jetzt jeder Tag bekommt das ist nicht aus der Kurs steht 20 neun 0 das ist ganz schön am Rägel die gesamten Ladeskrieg überlegt ob ich das Spiel aufnehmen Ich nehme auf alles bis jetzt. Oh Gott wollen wir jetzt wirklich Teamfight machen? Ja. Ich auch nicht. Komm, lass dich dann fokussieren. Lass wieder so fokussieren. So und jetzt drauf. Komm. Jura, runter. What the fuck? Alter. Der Maussee kommt zurück. Ich hab Kill gemacht. Abgefangen. Ich stand und um die Ecke unsichtbar, die haben es nicht gecheckt. So. So. Perfekt. So was nennt man Teamfight. Okay. Wer reingegangen, über die Mauer geflasht und schon tot. Einer für drei. Ne, einer für fünf sogar. Drupal, ich hab eh ihn gemacht und die Akadier den. Oder du? Keine Ahnung. Ja, wo? Wer mein Gift ist hier? Nee, da hab ich, ähm, nein weh. Gut. Ne, warte, ich bring lieber nochmal befeuer irgendwo in Yasusa aus. Aus gut gedacht. Weil der Lebensleben wieder. Und ja, Su, durch seine Pässe wurde halt ultraschnell. Ja, ich zog jetzt mal wie so in, hier, Netzbler aus Vietnam, den ich mir mal angeschaut hab. Oder wo? Der hat Twitch auf der Bot gezockt, der hatte Gangster Twitch, und der hat kleines Gestürzen Gold, dann schon muss Geistlinge und dann Statik. Okay. Will ich mal auch so. Jumus Geisterklinge überleg ich eigentlich die ganze Zeit mir auch gerade zu holen. Jumus Geistlinge hab ich schon oft mit Miss Fortune gesehen, mit Varus, dann schon mit Lucien, mit Ray. Mit Ray. Mit Ray. Der Andrew sagt immer, dass es behindert ist. Ich hol mir das immer klein nach dem Klinge, das Gestürzen und den Schuh, wo ich mir sofort schon muss Geistlinge und dann Statik und so oder so. Weil einmal OP ist. Das ist allgemein mit ADC so OP, finde ich. Wegen dem Speedbar auch. So. Und jetzt mein Ping wieder hoch. Schaut euch das an Leute, das ist hässlich, diese Leitung, die sackt so. Äh, wie aus dem Zip-Job-Ping die ganze Zeit so ein Hässer-Ping wird. Geht gar nicht. Diese Legs finden keine Hände. Ich muss tanzen, da zeigt die Legs nicht auch. Hey, hey. Los, tanze, mein kleiner. Ja. Hier ist kein Hecken, Aldo. Ich tanze und der Pingy drunter. Ne, doch, ne. 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 Ich hab gar nicht angegriffen, Kind nicht. Aber wenn du den gestillt hättest. Ich hab mir vorher schon immer mitgemacht und hätte durchgeist gemacht. Dann. Ohne Scheiße hätte ich sich so zugeflammt. Dann nicht sofort das Video beendet und nicht aufhörig bestellt. Aber, naja. Man muss ja nicht immer übertreiben. Nein. Das war nicht. 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 Also ohne Scheiße. Tristanow war jetzt in letzter Zeit der einzige ADC den ich gespielt hab. Rampage. Ich sag alle möglichen ADCs. Naja. Mein Main, mein Main ADC ist gut. In derweil kann man nur noch, ähm, hier ADCs spielen die Les Capern wegen dem Smite. Deswegen heisst du Smite. Lol, du hast den Tau weggemacht. Ohne Scheiße. Ich bin noch fast in der Welt. Ich bin noch fast in der Welt. Jaaaahhhhhh. 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 Jaaaahhhhhhhhhhhhhh. Jaaaaahhhhhh. Wow,gy банak. War das für ein Criterion? Das war die Bombe. Was? Na gut. Uh, ich habe mich auch richtig zu strikt. Uhhh, ich habe einen schönen Ping. Das will mich auf mich machen. Waaahhh. War mich schon klar, Mama. Ich hab mir gemerkt. Ich hab mich das überlebt. Nein, das habe ich neider. bekommen auch hier ich habe ihren Kiel gesichert Stapf Neue und nicht in dem Video könnte man eigentlich aus meiner Sicht sehen Hopping mit Organs starten sagt doch man baut mit dem auch startet ich kann das ich kann ich habe ich bereits in der Zeit in zwei Minuten ich kann es von den Beweis nach der Habe gehen Nibidio Nr und Dienst Stadet er bei mir auf Ort bei mir Master Battle machen und ich aus allererster Stadion so wie immer das sehen du verkackst nach der Kuh dieser Start-Ticket und du bist weg ein mit der Kino und ich weiß nicht nur und alle Tektan auch viel Doppelbüro ich habe eine 5 5 6 ohne 6 2 ist wie so berühmt ich hatte mit Tristana schon irgendwas mit 30 Köln und Alt die Städte er verkackt wir haben nicht gewonnen Alter ohne Scheiß das hat er mit ohne Ende ich habe mich umziehen das ist gut ich habe es auch nur hier ich habe dieses Gefühl naja um ich glaube die rechten worden Kriege wenn ich sein will er lässt sich 39 12 Gigi Und die haben aufgegeben Nachdem ja so gerecht ist So, Leute Das war ein kleines LOL-Spiel Und zwar ein ziemlich erfolgreiches Tristana ADC kann man jetzt machen Auf jeden Fall durch ihren E Und ihren Q Der Q hat ja gar keine Mana-Kosten mehr Also ohne Scheiß Tristana, okay Tschüss